Brutal Relax ist definitiv einer der coolsten, besten und unterhaltsamsten Kurzfilme, die ich jemals gesehen habe. Der Film liefert auf 15 Minuten Laufzeit derartig viele kreative Einfälle, Kills und einen Bodycount, der sich selbst vor Fun-Splatter-Genre-Größen wie Peter Jacksons Braindead nicht verstecken muss. Der Film ist kreativ, überdreht, unterhaltsam und perfektioniert mehr oder weniger den Splatter-Spaß, an dem Troma seit 40 Jahren feilt. Jeder Fan von Zombie-Kurzfilmen, von Fun-Splatter-Filmen, von Effekt-Filmen sollte sich Brutal Relax auf jeden Fall ansehen. So viel Spaß wie in diesen 15 Minuten hier kondensiert, hat man bei den meisten modernen Fun-Splatter-Filmen auf keinen Fall. Die DVD ist günstig zu bekommen, der Film ist jeden Cent davon wert und ich kann nur meine größtmögliche Empfehlung aussprechen für den besten, coolsten und unterhaltsamsten Kurzfilm, den ich 2013 und ehrlich gesagt schon seit langem gesehen habe. Holt euch das Teil!